Was meint ihr? Können wir? Pass auf! Ich hoffe, dieser Durchgang führt irgendwohin! Geht, Guttgaard! Hold ihn weg! Hilfe! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Was zum Titel tust du, Francis? Lade nach! Ich lade nach! Ich lade nach! Achtung! Von dem Gebäude aus, kommt ihr zu den Lei. Vorsuch, Jakku! Jakku! Lade nach! Not enough! Not enough! Not enough! Not enough! Here's the weapons! Haha! It looks like a full-automated flint. They come! Oh, how practical! The doors! No, no, no! Help me! Mine is open! I'm sorry! I'm sorry! Lass den Witch in Ruhe! Oder willst du sterben, Mann? Mach die verdammte Witch nicht wild! Wie ist der Mensch? Wierde die Hände! Wierde die Hände! Wierde die Hände! Wierde die Hände! Hilfe! Wie schlimm ist das? Moment, das dauert nur eine Sekunde. Wie sehe ich aus? Nimm das Verbandszeug. Du wärst schon. Danke, Louis. Danke. Ich helfe dir doch gerne. Deck mich. Charger! Halt still, ich verarzte dich. Danke. Tschüss! Nicht genug. Not genug! Natürlich! Ich nehm da bitte. Scheiße, da kommen sie! Die Brücke können wir sicher platt passen. Achtung! Granate! Charger! Charger! Das er weg geht! Ich bin doch hier! Das ist der Klautig! Wie geht's dir? Arsch! 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 Ach! Passt euch bereit! Auf dem Papier sah Vampire töten leichter aus was? Hab ich schon mal besser gefühlt